So, Willkommen zur nächsten Let's Play Reihe, und zwar wieder Freedom. Ähm... Nein? Genau. Record, Module 21. So. Wie ich daran denke, dass ich jetzt wieder nachladen muss. Ne? Das vergisst man bei Doom for Doom, was ich gerade gespielt habe, relativ leicht. So. Ok, ok, einfach auf sich hinsetzen. Ah, ja, ja, ja. So, perfekt. Wo bin ich? Was habe ich? Was koste ich? Eine Sprottfelder. Haben wir schon. Oh. Oh. I will nicht. Oh. Ich bin. Ich bin. Wo? Was? Warum könnt ihr die Tür öffnen? Störfalt. Ja, ist der gleiche Raum. Gut, okay. Und woanders geht es erst mal gar nicht. Also ich kattest die beiden Räume. So, ich muss also in den Tür bestimmen. Jetzt wird es auch fertig. Alter! So lange bist du. Übrigens, das hier ist die Uzi, die ich meinte, bei dem Hardcore-Survival-Game, also hier bei dem Taktical-Realism-Mode, von Pudeldu. Das ist praktisch genauso, wenn ich jetzt in 2-Mode gehe, also jetzt, das funktioniert. Aber wenn ich jetzt zurück gehe, also jetzt, sagt er mir, aha, kannst du nicht, weil du kannst keine 2 Waffen mit einmal tragen. Ist natürlich relativ blöd, weil diese Meldung sollte natürlich kommen, wenn ich das mache und nicht wenn ich das zurück mache. Aber gut. Wie gesagt, es ist ein Bug wahrscheinlich. Ich hoffe, es wird noch gefixt. Ich hoffe, ihr merkt es noch, bevor ihr die finale Version released. Ich habe jetzt wieder auf den Tod. Boah, ich muss mal ganz kurz, mal ganz so, Leute. Ich muss mal ein bisschen Kaffee kippen. Ich muss jetzt meinen Hals befeuchten. Ich bin den Hals befeucht. Ich versuchte den Hals. Ich glaube, ich habe ziemlich karrt die Leute unter die Rollen der Rollen. Aber alle haben die Hals zu sehen. Aber wenn du freut mich auf den Schreie。。 . Ich sorge, leute ich euch an. Du kannst es ja nicht. Schon jetzt. Du kannst es ja nicht. was denn alter was für ein hinterländiger hallo nein hehehe Oh ha Oh ha Schieß hier nicht rum, Junge, hier sind Fässer. Die tun auch dir weh. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Gut, genug mit der Pistole rumgespielt, die mir mal wieder richtig machen können. Wenn ich da jetzt stimme ich immer noch selber, okay? Danke dafür. Ich hab grad was gedacht. Halt mir noch einmal zu, wenn ich was sage hier. Hm, schade, das ist ein Ziegel. Wie sieht es sich so an? Von der Form und vom Platz zu. So, mal ein bisschen Abwechung hier. Klappe. Kriegst mich eh nicht. Aha. Na, na. Oh, Idiot. Sehen die mich nicht? Hallo, ich bin hier unten. Hey. Hallo, beachtet mich. Hallo, beachtet mich mal. Vollpfosten. Oh, Idiot. Meine Güte. Kein Respekt mal hier. Ich mein, so dünn bin ich denn auch wieder nicht. Weiter. Hab ich noch gar nicht. Fristag. Oh. 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 So. 's. Er hat aus. Was? Meine Güte. W-a-nicht weiter. Von hier komme ich. Achso, geht doch mal zu. So, ne, erst mal nicht, wie es aussieht. So, ne, erst mal hier lang. Nein, dann muss doch nicht die andere. Ah. Oh. Fuck the shit. Aua. Noch einer? So, guck mal, ob es offen ist. Oh Gott, will ich jetzt rumrennen hier? Ah. Sehr schön. Oh Gott. Okay. Nein. Gut, das ist wahrscheinlich falsch. Oh Gott. War das auch ein Schalter? Nein. Die Animo! Oh. Ich hatte hier schlitzig etwas. Ja. Nicht mal kleines Geschenk da gelassen. So, okay, wir haben jetzt die gelbe Karte. Die gelbe Tür hatten wir vorhin auch mal vorgesehen gehabt. Ach genau, da hängt es gleich. Wie praktisch. So, danke. Guck, jetzt machen wir ihn her. Äh, ja. Da kommt ihr auf. So, meine Güte, wie geht der ab? Wie auf dem Weihnachtsbaum sagen. Was? Oder was? Achso. Shotgun-Munktion. Aber immer gerne. So, hier ist der Broken Pipe. Jeder, der schon mal mit Linux programmiert hat, weiß, was ich damit meine. So, hier hat sich noch nichts geöffnet. Hier ist eine Tür. Oh, da ist ein Fenster. Hallo. Äh, gehe ich jetzt mal da rüber? Fuck off. Why not. Okay. Äh, das ist eine Treppe. Das sieht mir alles so clean aus. Naja, wahrscheinlich wollte ich jetzt gerade hier durch die ganzen umfangreicheren Maps halt mehr gewohnt bin mittlerweile. Ah, wisst ihr was? Lass dich doch einmal hier in Ruhe schießen hier. Fuck die Tür doch. Yay. Oh, noch mal eine gelbe Tür. Achso. Ah, lol. Wir sind hier am Anfang. Yay. Danke. Danke. Danke, danke. Nein, läuft's auf. Nee. Nee. Darf ich heute aber auch noch eine Tür. Äh, wo bin ich jetzt? Achso. Achso. Oh. Äh, ja. Jetzt bin ich ja schon draußen. Ah, lol. So. Äh, nein. Das ist so. Wobei, geht's ja hin. Oh. Oh. Gut. Könnte ich mal wieder ein paar Raketen verwenden. Das ist aber auf diesen engen Räumen immer so blöd. Wisst ihr was? Äh, äh, äh. Wo was gerade drauf war? Wow. Genau das meine ich. Mua. Beute. Wo ist der nächste Handrotter? Drei Stück, Leute. Oh. Oh. Hey, hier auch schon wieder verschoben. Wisst ihr was? Äh, genau. Auf jeden Fall habt ihr gerade gesehen, dass der Licht, äh, dass der Lichtpunkt gerade gar nicht, oh, so ist es denn der Schalter überhaupt? Dass der Lichtpunkt gerade gar nicht richtig war. Da. Voll verschoben. Hm. Wozu ist der Schalter da? Ich bin schon wieder so ein Quick-Tap-Event-Dings. Hä? Wird die nicht gerade abgeschossen? Voll posten. Wo ist der Schalter da? Wo ist der Schalter da? Mach ich irgendwas? Ja, man hat doch was. Ah. Ah. Äh. Das ist aber jetzt Bullshit. Wo muss ich das ganze Ding verschwenden, bevor mir eine einzige Rakete fehlt? Ach nee. Ha. Alles gut. Gut, aber das brauche ich nicht. Ah. Perfekt. So, damit haben wir jetzt hier auch soweit alles, ne? Gut, dann gehen wir jetzt mal vor. Hier wird scharf geschossen. Gehen wir mal hier hin und gehen dann mal nach links. Ich speichere schon wieder viel zu oft. Wie, da wo? Er ist Massage. Oh, Mann, 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 Mann. Komm! Kann man sich im Opfer verstecken? Kann man sich im Opfer stecken? Ja, wir müssen noch mal Stimme hier. Fuck. Fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, jetzt riecht er genau in der... Ach, du Scheiße. Alter, was ist denn hier los? Ich hoffe, man hat ein Gewerbe angemeldet. Ich gucke, war nicht hier. Oh. Oh. Interessant. Oh. 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 Ich tue nicht runterfallen. Das drüben sieht alles ein bisschen giftig aus. Da muss so die Gesundheitskammer noch ein bisschen, also das Gesundheitamt noch ein bisschen sicher nachkontrollieren. Gut. Ach so, da hinten ist das Exit. Interessant. Also wissen wir mal, wir brauchen eine Glowkarte für das Exit. ich schätze mal das ist wenn man runtergefallen ist oder das ist das super geheimen super fiebend gut also da war nichts da gehen wir mal runter ein lieber schwein bleibt von mir fern fuck it fuck 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 äh, hallo? ich will mir viel messen oh, da ist ein Weg rein ähm ich will da aber nicht rein es gibt doch noch Schaden ach klar, hier oben da oben war irgendwo so eine Weste ähm, da Glocke gut, dann sprechen wir mal kurz yay lauf renn doch mach doch hin äh äh, jetzt noch da äh, hallo? ist da jemand? oh, hallo bäh, sieht der wirklich aus äh, ist da noch jemand? ja, ach du Scheiße was soll ich mal das denn? meine Präse schutzt nochmal ich muss hier raus wobei ich weiß, was hat mich gelaufen ist ist da noch was? ist da noch was? äh, äh äh, schaff mal nicht gut, ok, gleich schnell raus Schnell! Ja, geschafft! Okidoki! Achso! Der jene versagte blauer Schlüssel, mit dem wir ins Ziel kommen. Wenn das mal kein Schicksal ist. Uah! Ich will mich beißen. Ich will mal ein bisschen Musik einsammeln. Immer noch Gepäck. Da! Gut, dann haben wir jetzt... Alter, wir brauchen unbedingt Leben! Alter, 440 Herz! Das ist gar nichts! Ich meine, der 20 hat mal unser Gehör an! Danke! Ach, man, erst mal weg! Uah! Äh, Leben! Gebt mir Leben! Gebt mir Leben! Bitte gebt mir Leben! Darum brauchen wir drinnen, ne? Das war das mit dem Schalter. Ja, genau. Gebt mir Leben! Wir haben jetzt immerhin 64! Ist mir trotzdem noch ein bisschen zu wenig! Danke! Gebt mir! Hier gibt's noch ungefähr ein Secret! Ich frage jetzt nur, wo... Dann? Liff er was! Na gut, dann gehen wir mal genau da hin! Wie auch immer... Wie auch immer wieder hinkommen! Aber... Äh... Das wurde falsch! Okay! Hä? Wo ist das jetzt hin? Ach ne, es ist Exit! Eigentlich schon wieder! Hab grad falsch rumgeguckt! Ja! Danke! Danke! Ja! Geht doch! Ha! Zerfiegt! Das war grad laut! Also hoch! Also tief! Also tief! Oder hinten darfst du... Schaut gar nicht! Oh, ich kann mich! Schaut mal, es gibt nicht mehr! Achso! Zwei Gegner gibt's noch! Bäh! Ich mach nicht mal! Dankeschön! Gut! Dann! Auf ins Ziel! Ja! Ähm... Ähm... Quicksilfe-Viduum... Ja! So! Das war's damit! Dann würde ich persönlich mal so warten... Jo, das war's mit Level 4! Wir sehen uns dann zu Level 5 wieder! Ciao mit V!